Willkommen zum mittlerweile vierten Teil meiner Reihe über meinen Kalender und heute öffnen wir mal Türchen Nummer 4 Komm schon! Ah, Mann! Na super! Heute haben wir einen Schraubendreher Wow! Das hat er so festgemacht Jep! Ah, dann kommt er langsam, kommt er langsam Jawoll Voila Schrauben der Oh! Das gehört in die... 20 Ops, das ist ein Habe ich schon ein bisschen gespoilert? Sorry! Ja, das war's damit das Video Ich hoffe morgen wird's spannender Bis dann! Bis dann! Bis dann! Dann wir schauen!